Trink doch mal was. Da sind noch alte Safe Games gewesen, die ich gar nicht mehr nutze. Ah, das sieht doch gut aus. Guck grad. Das ist hier irgendwo ein Hai. Sieht aber nicht so aus. Also durch. Kann man auch tauchen gehen, dann sieht man vielleicht auch ein bisschen was. Nee. Nö, hab ich auch grad gedacht. Da seh ich nix. Ui. So, ab nach oben hin. Holz mitnehmen. Oh, ja. Das können wir machen. Fangen wir erstmal die Basis an zu erstellen und dann erkunden wir die Insel. Das würd ich auch sagen. Ja. Aber, warte mal, wie war das noch? Man konnte doch... Aus nem Stock, nem Stein... Ne, nem Seil war das glaube ich genau. Warte mal. Ah. Stock, Stein und Seil. Du meinst die Steinachse. Genau. Damit kriegen wir die Bäume schneller runter. Dachte ich. Hm. Oh. Oh, 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 oh. Irgendwie hab ich was gehört. Hast du was gehört? Ich hab was gehört. Meine Ohren täuschen mich nie. Ja, gut. Da würde... Ja. Da geb ich jetzt mal lieber kein Kommentar zu ab. Hm. Vielleicht war ich das auch nur selber. Vielleicht war das mein eigenes Geräusch. Ja. Das könnte sein, ja. Mein eigenes Geräusch war das glaube ich. Ja. Baum fällt. So, Tür haben wir schon mal. Oh, dieses... Abholz sind ständig. Das ist... Hm. Komm. Und dann diese Geräusche da ständig. Komm. Kann. Jetzt. Um. Gehto. Ja. Ah, denkt daran nicht auf die Bauwerke. Sonst, äh... Äh... Brechen die Bauwerke ja wieder kaputt, ne? Ja. Immer schön in der anderen Richtung. Ja. Aktuell ein wenig langweilig. Aber... Das ist nun mal bei so'n Spiel. Ja, am Anfang etwas langweilig. Und... Später kommt der ganze Spaß und Aufregung. Los, fall um. Fall um? Wieso soll ich denn umfallen? Ich meine den Baum nicht dicht. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Der will ja einfach, dass ich umfalle. Du hast echt auf die Tür geschlagen. Ich durfte die Tür gerade reparieren wegen dir. Ja, weil der Baum schon mitten in der Tür war. Ich hab dir vorhin noch gesagt, extra... Nichts. Der Baum war da schon. Achso. Äh, ja. Hä? Was? Was? Was war das? Ähm... Das war so'n Baum, der ist umgefallen. Ich weiß nicht warum. Das war... Das war ganz komisch. Auf einmal ist er umgeknickt. Nett. Nett. Sehr nett der Baum, ja. Das war bestimmt der Wind. Der war so stark... Warum fällt denn dann nur einer um? Mhm. Ja, ich merk schon, ich kann dir nichts verheimlichen. Entschuldige bitte. Es war nicht geplant. Mhm. Mhm. Das sagen sie alle, wenn sie schuldig sind. Ähm... Ich hoffe, das geht gleich noch wieder hier. Nicht, dass das gleich hier zusammengepackt ist. Ja. Kriegen wir hin. So. Und eins und zwei und drei und vier. Und fünf und sechs und sieben und acht. Ja. Sag mal, hörst du was? Nein, ich hör die ganze Zeit so'n Ureinwohner. Echt? Ich hör gar nicht. Ich hab doch vorhin gesagt, ich hör irgendwas, aber ich denke, das war ich. Schein auch wohl nicht gewesen zu sein. Aber wo du's gerade sagst, ich hör so'n Rascheln die ganze Zeit. Wo bist du? Ich red nicht von dir. Ja, gut, ja. Also wenn du mich suchst, ich bin direkt neben dir. Ja. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Lebt er denn noch? Lebt er denn noch? Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie auf den Gedanken gekommen. Ja. Könnte daran liegen, dass ich am Holzfällen bin. Ja, war ich vorhin auch schon. Aber ich wollte es nicht laut aussprechen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Gerade so eben konzentriere ich mich gerade auf die Arbeit hier. Wie, du kannst keine zwei Sachen? Doch, klar. Ja, dann kannst du doch singen und schlagen. Ja, aber Laufen und Holz schleppen sind schon zwei Sachen. Ah ja, eher zu. Jaaa. Boah, ist das elendig lange. Ja. Am Anfang leider. Ja. Ich kann ja nur zwei tragen. Ah, Baum, 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 Baum. Baum, Baum, Baum. Guck mal da draußen, was kannst du sehen? Baum, Baum, Baum. Bekalkade. und das ist oder ist oder es ist oder als sonst noch etwas leakage ist. Bau, Baum, 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 Baum und Baum. Wo ist es denniral? hier war was zu essen das lief so ja nie die nicht auf geht's wird gebrüllt kommen jetzt habe ich mich in der textur verhart was ist das denn so ja wo ist er 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 Wenn ihn einer gesehen hat, bitte melden. Ohne Scheiß. Was suchst du denn? Hier ist so eine Eidechse. Ach, eine Eidechse. Ja. So eine Legowane? Da, da. Ich weiß, was er falsch gemacht hat. Er hat sich im Baum eingeklemmt. Äh, ja. So einen habe ich hier gerade vor der Nase. Guck mal. Guck mal. Kopf. Guck dir das an. Oh mein Gott. Siehst du den in meiner Hand? Oh mein Gott, bist du krank. Schmeiß das weg. Der ist ja eklig. Okay. Hier, wolltest du noch einen haben? Ich weiß nicht, irgendwie kommt er nicht weg. Ja, ich hatte vorhin auch einen. Der hat sich direkt im Baum verheddert. Oh, wie niedlich. Wie gesagt, äh, sehr brutal. Er schlachtet gerne mal so Tiere ab. Hat da nichts bei. Du Mörder. Das ist so. Das ist hier Survival. Da geht gar nichts. Alter, du hast hier gleich den ganzen Wald platt. Wie wäre es, wenn du mal so ein paar Balken in der Hand nimmst und andockst? Das ist hier. atz. Vielen Dank.